Hallo liebe Volleyballer, wir beginnen mit dem Training wieder. Genau, und diese Woche haben wir ganz viele verschiedene Gäste, die uns diverse Übungen zeigen. Wir beginnen wie immer mit einer Kraftübung, heute Überkopf-Kniebeuge. Dazu brauchst du eine Stange, wir haben ganz viele Stangen zu Hause gefunden. Fersen am Boden, Beine etwas breiter als Hüfte und wir gehen ganz tief, die Stange bleibt immer oben, Hände gestreckt. Wie viele schaffst du? Hallo, eine weitere Übung für zu Hause, viel dritschen, einen Kübel schnappen, irgendwo hinstellen und versuchen rein zu dritschen. Und nach einer Zeit, wenn wir es geschafft haben, Schwierigkeiten ganz erhöhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017